Wir haben den Sommer in der Provence verbracht. Und wir auf unserer Sommerresidenz in Schottland. Da ist es nicht so heiß. Mag sein, aber wir haben da ein Feinschmecker-Restaurant entdeckt. Lieber Marquis, sensationell. Oh, Rocher. Ich liebe Rocher. Warum in die Ferne schweifen? Rocher von Ferrero, eine der edelsten Kreationen höchster Konfiserie und Schokoladierkunst. Dieses Jahr finde ich sie noch verführerischer. Ich sie auch, meine Liebe. Rocher von Ferrero. Adel verpflichtet.